Ich war im Ring. Ich hab's gesehen. Der Kampf hätte abgebrochen werden müssen. Ich hätte ihn anbrechen müssen. Vielleicht wollte er wie ein Boxer abtreten. Vielleicht haben sie genau das getan, was er wollte. Ich glaube, er wäre lieber hier und würde mit dir reden. Ich glaube, er wäre lieber hier und würde mit dir reden. Ja, mir fließt immer noch das Ghetto durch die Pulsadern. Sei für jeden in der Szene einfach unnah, aber komm mal auf die Bühne und es warten ein paar tausend. Und atemberaubend, wie Stadienbauten. Sie wollten mir alles verwehren, auf mich stolz zu sein. Immer wenn ein Sonnenstrahl durch die Wolken scheint, schreibt die Zeilen auf. Meine Hände sind vernarbt. Meine Stimme bricht durch ihre Wände wie ein Schlag. CCN4, mehr als ein paar Coca-Lines. Meine Prinzipien, sie haben einen hohen Preis. Brauche weder Wahrsagerinnen noch ne Zeitmaschine. Meine Augen schluckt den Horizont, wenn ich einmarschiere. Hab euch Hunde all die Jahre ganz allein ernährt. Besser, wenn ihr leise wärt. Fühle mich wie Eisenberg. Denn jedes Mal, wenn sie dachten, dass ich scheitern werd. Kam ich wieder dieses Mal mit einem Meisterwerk. Dieses Mal mit einem Meisterwerk. Vielleicht wollte er wie ein Boxer abtreten. Vielleicht haben sie genau das getan, was er wollte. Ich glaube, ich wäre lieber hier und würde mit ihr reden. Dieses Mal mit einem Meisterwerk. Dieses Mal mit einem Meisterwerk. Das young man mit einem Meisterwerk. Untertitelung des ZDF, 2020